Ja, guten Morgen, Ola. Herzlich willkommen, Ola, zu diesem Morgen und Ondag hier. Wie freut uns, war er für diesen Tag, was wir hier waren, zu haben. Es war ein Sehen, hier war es so, zu kommen, und weiter singen, und weiter unheirchen. Dankeschön, Ola, für die Arbeit, die Anstrengung. Und, so ist es, wir sind hier, hier können wir die Othesis hier von der und unserem Mann. Und, so ist es, wir sind hier von der und unserem Mann, wo die Frauen, die wir schlagen, abkommen, dann können wir nach Ola, zu beten. Ich würde für die Frauen, wo die Stoen, wo die Pause, das, zum Beten. Als Vater im Himmel, wir danke dir für diesen Morgen, wir danke dir für deinen Sehen, was du all hast, Lothar, komm, Eva, ans. Wir danke dir, dass du in Held, ja, und wo du auf der Gott bist, wem wir unbeten können, wem wir können däunen, wem wir können loben und preisen. Vora, wir danke dir für ihn. Wir beten, Herr Jesus, wieder um deinen Segen. Hast du uns all recht gesehen? Und wir freuen uns, die Bräder, Neotisen, sehen, dass er das Wort verbringen kann, dass er uns das Dorf zum Sehen war da sein. Wir beten, Herr Jesus, dass wir alle, der im Mann, auch mit Gott hier sind von dir, ihn gut abnehmen, und wahrlich sind, und wir beten, Herr Jesus, wir beten, 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 wir beten. Amen. Amen. God bless you. Thank you. Ja, good morning to you tonight. Ich freue mich hier zu sehen. Ich freue mich, dass hier einer wieder gekommen ist. Ich hätte ihn natürlich auch alle sehr willkommen. Und ich freue mich hier. Ich freue mich hier, dass ihr gut mitzunehmen, und ihr Fleisch ist immer, ich weiß nicht, dass es fährt ein bisschen flottig, aber dann auch die Gäste und innerlich. Ich freue mich immer, weil er kommt von ihm gerade in Gott, in der Welt, weil er sich nicht wertvoll ist. Weil er kann sich ein Kind sagen, wie er ist. Er ist allmachtig, und er hat alle Kraft, und er ist arm. Ich trebe alle Kraft, und er ist gesehen, dass ihr ihr Leben habt. Ich hoffe, dass wir uns zufrieden. Wir sehen ab einmal, wir haben ein Leben gesäuert. Gott, ich denke Gott, möge Aram von ihr, kam die Mert vor, und er bloßt haben, der Leben gesäuert in der Nähe. Und das, was Leben gibt, wird nicht vergehen. Das blieb verheibig. Und wir weiten auch, wir wollen, dass wir darum eben getrennt von Gott, und wir sind getrennt, dass wir das Leben gesäuert haben. Gott wird nicht verschwungen. Aber durch Jesus Christus, kann die Tränen in den Vorrat kommen, und wir können nicht alle Gemeinschaft mit einem haben. Und wir sehen, dass wir das Leben gesäuert haben, und wir weiten auch bloß, das Seil des Blüff. Das Seil wird nicht, wenn uns das Fleisch in der Körper gestorben, gestorben wird, das Seil des Blüff. Weil wir sind sehr dankbar, dass wir uns vorraten, diese Seinen schärfen, und in den Blüff auf jeden Fall von Gabriel, dass wir uns nicht in der Tat, aber in der Tat, dass wir mit anderen Gemeinschaft haben, in der Tat der Tränen, dass wir uns auf den Kopf gebungen. Und wir können nicht leben, dieseaufen sind. Ich freue mich hier zu sehen, dass ich mich nicht mehr erzähle, aber ich wollte nicht mehr erzählen, aber ich wollte nicht mehr erzählen, aber ich wollte nicht mehr erzählen. Ich wollte alle sehen, dass wir in der Hauptsache wieder gehen. Ich habe gesagt, dass wir uns alle genommen haben, dass wir uns vorhin im Himmel sind. Denken wir uns, dass es wäre, dass wir uns nicht mehr erzählen würden, dass wir uns nicht mehr denken würden. Weil wir uns dort sind, dass uns das scheint. Weil wir nicht mehr alleine gehen und freuen uns. Ich lebe uns sehr verschieden sein, weil wir uns zwei von der EU zwei. Ich bin eine Frau, wir wollen alle verschiedenste Dinge gehen. Wir kommen alle an die Fährten, die das nicht scheint. Weil wir fährten, wo wir nicht kommen. Wir freuen uns aber danach, wir können gar nicht einmal anfangen. Das geht mit uns nicht. Und ich freue mich, dass ich hier zu sehen, weil ich sage, dass ich nicht mehr von uns selbst lebe. Und ich habe gesagt, dass wir auf einmal wissen, dass einer in uns lebe. Und ich habe mit uns geholfen. Und ich habe gedacht, dass wir Leute von uns gehen können. Und ich habe gesagt, dass wir heute Jesu, dass wir einfach ein Fährdienst haben können. Die kommen nicht mehr raus. Und das ist uns vor, dass er jetzt für uns geht. Wir freuen uns, wir haben gesagt, wenn einer Fähr geht, ist es viel leichter. Und ich habe eine Schwigertechnung von einem Partnerhafen gesagt, dass es viel leichter ist, wenn er so für uns geht. Und uns vor dem Himmel liegt immer für uns. Wir haben immer einen, dass wir für uns gehen können. Und wir können uns zufrieden. Und wir brauchen nicht allein gehen. Du willst sagen, ich habe zu danken dafür. Ja, wir haben noch einmal alle zu beten. Und ich danke dir für diese Schritte. Wir können uns Thank you für die besten. Die besten Allmachter Gott. Die besten Leib. Du hast alle kraft. Und durch die, die ein Segen, die du schärst kann, können wir deine Leben haben. Durch die, die du jetzt in uns haben, wie du die kraft bist. Wie wir heute eine neue Frau sind. Hier kann du lange gehen. Durch deine kraft. Und wir freuen uns, was du zu kommen ist, was du nicht verkommen ist. Und das ist, was ich weiß, was du mit dir ist, wie du kann es kommen. Was der Leben ist, Gott, du frei uns gibt. was wir nicht nur hier sehen brauchen, weil wir sagen, dass wir hier können sehen, den Worte verspreiden, wie einer von den anderen zu sehen. Wir können uns in die Hau und du bist mit uns. Ich glaube wieder, dass du wirst sehen, du wirst stärker mir reden, du wirst in den letzten Sagen, dort muss ich reden werden, und du wirst hier reden, in die da einer wieder gekommen ist, und alle mitgeben, unterhörchen und auch nicht mitgeben, sondern wir müssen dort annehmen, was empfiehlt, dem Gond für dich, und für ihr Leben, die wieder das Leben für dich, und wirklich, wir müssen die wählen, wir müssen, dass ich unter der Genut ein reines Worte haben, wir müssen die wählen, wir müssen die wählen, wir müssen nicht die Fied essen, die wollen uns bedorben, die wollen uns vielmehr übernehmen bringen, die uns immer einlässchen machen, wir wollen die wählen, und dass die Kraft essen, die trüte sein. Das will ich dir in der Geistinahe. Amen. Ja, mein Thema ist von dir, wenn ich von dir klicke, ich lebe, wenn ich nicht für mich selbst lebe, dann ist das einmal so, wenn ich das lebe für mich, dann ist das, ich lebe für andere. Ich lebe nicht bloß wegen mir, in das Leben, wenn wir ans Leben checken, dann vielmals, wenn wir das Mars abwerten, dann, wenn ich das Leben checken, dann ist das viel leichter, wenn ich das Blut in meinem Kopf habe, dann lebe ich nicht für mich. Wenn ich das viermal so denke, ich lebe für mich, weil die Schwierigkeit, wenn ich übernommen komme da, dann denke ich immer bloß an mich, dann kann ich auch einmal darauf kommen, ein bisschen zu trüren, das Leben geht an mich, ich lebe nicht für mich. Dann sagt man, ich lebe nicht für mich, Gott, was wirst du für mich? Wenn ich einmal da war, ich fand, ich dachte, Gott, was wirst du für mich? Und dann hat es auch einmal mehr für mich, dann vergehen wir uns selbst, wo wir sind. Und wenn ich das so erneutig bin, wie wir durch sind. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 15, wenn ich anfangen, das was mein Thema soll sagen, dann sage ich, Herr, es wird von allen Menschen, die sterben, dort du, der du leben, nicht für sich selbst leben, aber für den, der für einen, der sterben und von dem dort abgestohlen ist. Und ich habe gesagt, wir leben nicht für uns selbst. Jesus kam ab jeden, er lebe nicht für uns selbst, und jetzt ist er, wir leben nicht für uns selbst. Und erst einmal, ich habe einen, er lebe nur in uns, und auf einmal, Jesus kam ab jeden, und verspreitert wird, er beweist all seine Wunder, er heilt Menschen, und er hat all seine Wunder hier, und er stirbt und schließt, und vertreibt den Himmel. Und ich habe die Angst, dass er je, das wird verkennt, und ich sage immer, dass er, du leben zu dieren, und ich sage nicht, das ist ein Schwartierer, dass wir nicht alle wissen, was wir haben da unten stehen. Die littleen haben wir wissen, dass wir die anderen wissen, dass wir nicht wissen, dass wir nicht wissen, was wir alle wissen, und wir wissen, dass wir wissen, dass wir nicht die ältere, die Sachen haben, und wir wissen, das ist das nicht, das, dass wir keine Ahrech sind, was wir uns selbst anders rum, thingen wir die Jesus, dass es geschehen, dass wir leben haben, in der Father haben, wir haben gerade, dass die Menschen nicht wissen, dass die Menschen nicht wissen, dass sie nur durch den Arm haben können, dass sie nur durch den Arm leben können. Wir wissen, dass wir von den anderen Tagen in der Welt, dass es so viele Menschen braucht, dass sie Menschen sind. Sie brauchen nicht alles zu tun. Wir wissen, dass sie nicht wissen, dass sie nicht wissen, dass sie nicht reichen. Aber wir haben uns selbst nicht Kraft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort versprechen, dass es nur durch Jesus Christus ist. Was wir in der Erwärmacht kriegen, in der Kraft kriegen, tun, die einen finden zu tun, und die einen so tun. Das wissen die Menschen nicht. Die Menschen wissen nicht für sich selbst, was für uns kommt. Und deswegen ist es wichtig, was wir mit unserem Leben tun, weil ich das angenommen habe. Ich sage es hier und sage, Du weinst, sei wie kein Mensch mehr so an, als ein Mensch in dieser Welt wir. Wie haben wir gerade interessant vor? Aber wir haben nicht mehr so. Ich sage es hier wieder. Wie sind die Menschen nicht mehr so interessiert? Wenn wir nicht mehr so interessieren, denn wir sind nicht mehr so interessiert. Wir sind nicht mehr so interessiert. Warum, wenn die Menschen nicht überall auf den Arbeitsplatz werden, sagen würden Sie nur als ein Mensch auch. Ich sage es hier, wie viel das in der Körper weiß, aber wir sind nicht mehr so interessiert. Wir sind nicht mehr so interessiert. Wir sind nicht mehr so interessiert. Ich habe die Schuld betont. Ich habe die Schuld betont. Ich habe die Schuld der Schuld. Ich habe die Schuld der Schuld. für mich habe ich, dass es nicht genug ist, dass es nicht genug ist, dass es nicht genug ist, denn wenn wir durch das Gesatzkernen gereicht wurden, dann wird dort kein Ersatz durch die Christus verstorben müssen. Ich würde es nicht erklären, wenn ihr das Gesatz haben könnt, und wenn ihr das Gesatz haben könnt, gereicht werden, dann hat es nicht jemanden gehabt, das Gesatz von uns auf jeden kommen, weil ich dachte, you know Jesus Christus, dass es nicht auf dem Verreich, was wir kennen, in den Himmel kommen, dass man bloß das Gesatz hat, wenn es Gesatz hat, wenn du Gesatzkernen getan hast, dann hat er Gesatzkernen bekommen, nicht. Wie viele Menschen waren, wenn es ein Faner-Mans sind, wir brauchen ein Faner-Mans, das ist nicht mehr, und wir können nicht genug sein, wenn Gott das gewiss hat, wenn wir nicht am Zusehen können, dann hat er nicht gut geschlagen, das ist nicht mehr. Aber nun, weil wir sagen, von der Nacht so viele Menschen leben, die leben unter den Genoden, das ist ja, wir leben unter den Genoden, dieses Gesatzes, aber danach, Gott will haben, wir sagen, am Licken. Ich wollte nicht denken an der Fall sein, der sagte, wir sind an einem Dollar, wollen sie zwei erst, wir sind an einem Dollar anfangen, zu Licken, damit wir in einem abrechtlichen Geld sein, wir sind abrechtlich sein, wenn die vielen, das sind Stehler, nicht. Und wenn die Buben durch das Gesatz leben, dann ist das Gesatz, das ist von der Nacht, bei uns noch ganz wichtig ist, Gott, das Gesatz, wenn die Israeliten gegeben haben, dann habe ich das Gesatz hier, aber wir wissen, was ein Sinn wird, was in den Sünden ein Ziel wird, nicht. Wir leben, wo wird das Gesatz, nicht. Und ich habe nur Lust, wenn ich das Gesatz leben habe, dann habe ich nur Lust, wenn ich das sage, ich soll nicht tun. Aber wie Jesus Christus, das ist einfach egal, ich frage mich nicht, wenn ich das Gesatz sage, ich soll nicht, wenn ich das Gesatz sage, ich soll nicht, aber ich denke, wenn ich es nicht mit mir ist. Das ist immer falsch, wenn ich hier nicht für mich leben darf, dass es nicht mit mir ist. und wenn ich es immer einmal aneim, dann habe ich das nicht mit mir, du willst es nicht mit mir. Und du willst es nicht mit mir sagen, du willst das nicht mit mir. Nicht, wenn ich das sage, ich soll nicht Stehlen, Gott sagt, ich soll nicht Stehlen, mein Christus, wenn ich das nicht tun soll, dann sage ich nicht, was ich mir das Gesatz. Ich sage das nur einfach, wenn ich das sage, nur ich will, dass es nicht mit mir ist. Wenn ich das nicht mit mir lehren, dann sage ich nicht mit. Dadurch, was ich in den ganzen Gebäuden gehört habe. Dann sage ich, wie soll ich das nicht anbrechen? Na ja, wenn ich meine erste Früh nicht von leben kann, dann war ich die zweite, nicht? Und wenn ich dann immer wieder, was soll ich sagen, am Unvertrauen, dann sage ich dann wieder, wie soll ich nicht dachten, wie soll ich leben? Und dann wird wiedergekommen, wenn ich nicht dachten möchte, wenn ich das sage, dann denke ich nur, dass ich das jetzt noch leben kann. Ich merke nicht dachten, wenn das nicht meine Sache, die Menschen, wir können das eigene Leben nicht, das ist nicht meine Sache, die Menschen dachten, ich will ihnen das Leben bringen, was sie an sie brauchen, nicht? Wenn jemand das sieht und ein Mann schickt, was klar ist, dann muss jemand schickt, ich lebe nicht mehr in dieser Zeit, wenn ich das auch reihe. Gott beweistet einem wirklich, was die Fiend sind, wir, 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 wir leben, die Fienden, das bis es anbringt, dort mehr, und Gott ist kreut, ohne, und du, wie ich es sage, wir leben ja bei mir, wo wir das gesagt, weil wir das gesagt leben, dann ist das einmal reich, soll das nicht reich, wenn ich alle Menschen, ich kreut, uns leben, wenn ich in mein Leben wiedergekommen habe, So, die Menschen zu Hause, wenn ich her und da noch so viele Menschen zu Hause in den und die Menschen zu Hause haben, den Menschen zu Hause, die Menschen zu Hause vermitteln, die die Menschen und zu Hause haben, da sie so leuchtet werden und auch die Menschen zu Hause, die sie so lie concurrentieren, sie ist in den sieben, die eine in mir sagen. Wenn ich ehrlich denke, die mit ihnen zu Hause dann, dann in den sie mir die Menschen aller ich hier in die Menschen zu Hause ruft, dass sie so liebte, dass sie sich Zuhören zu Hause und die Jesus Christus sehr liebte. Das ist das Zahnste, was die Finde ist. Aber immer da war ich bloß Menschen draufableihe, Menschen wie wir sie nicht verschlägt, was kriegt auch nicht. Was nimmt uns so ernst wie sie? Und das ist auch wirksam. Wie sind alle Menschen so unnimmig zu sein? Wie kann ich das Sinn unnimmig zu sein, Kevin? Aber wie kann ich das leben, das ist das Sinn? Wie kann ich das leben, das ist das Sinn? Aber die sind sein Eckherrschamte, die hat die Worte in die Iran. Das ist Jesus. Jesus kommt auf ihr und heimt jeden Tag auf. Wir gehen an, wie heißt ihr, dass die Jährung in die Schafgelehrte, die wissen, Gott, von einem, die gehen ganz gern haben. Die wollen das anbringen. Und es stört noch viel für die Menschen für die Feind, was er nicht kann annehmen, wenn es stört für die Feind. Und das kann ich sagen, dass ich es nicht von denen da. Ich störe ich erst für die Feind, was Menschen Jesus nicht annehmen darf. Aber ich störe ich für ab in Wiesem, die Worte haben. Ich störe ich für ab. Dass Gott für Jesu sein kann. Ich störe ich für ab in Wiesem, die Menschen, die Worte Jesus Christus nicht. Vers 18 sagt, Das ist alles von Gott, das ist die Kirsten, mit sich selbst verzeihend. Ich habe uns den Aufgeld gegeben, Menschen von Gott zu ihnen angeboten, anzureden, mit einem verzeihend zu werden. Ich habe Gott anzureden, dass er nicht verzeihend ist, weil es für Gott, dass es ein Verzeihend ist, dass es für Menschen, die das Wort verzeihend ist, weil es sich verzeihend ist mit Gott. Ich habe uns den Aufgeld gegeben. Ich habe alles betont, und denke, wenn wir an die Kirsten anzureden, dass wir frei werden können. Wir haben heute anzureden, die wir geben. Wir leben nicht für uns. Es ist wichtig für die Menschen, wenn wir das Wort verzeihend sind. Vers 19, ich habe es in der 2. Korinther, ich wollte es sagen, dass es Gott für die Interesse ist, und hat die Verzeihende Welt mit sich selbst, hat die Menschen ihren Sinn, und hat die nicht mehr verzeihend. Und hat die Anzureden, die Botschaft von der Verzeihendung und Vertriebe. Und ich hoffe, so Gott hat durch Jesus Christus die Sünde nicht vergeben. Und wir haben die Anzureden, und wir haben die Anzureden, nicht mehr vergeben. Und wir haben die Anzureden, die Menschen den Wut zu bringen. Wir können Jesus hier nicht sein, weil wir können Menschen den Wut nicht bringen, die Verzeihendung bringen, und wir können das mit Gott haben. Und wir haben die Anzureden, die Anzureden zu verdienen. Vers 20, du werden sie wie die Christus, die Vertreter, und für sie einen Botschaft, so aus, von Gott selbst gönnt, durch uns anreden wurde. So, die Beprauche beginnt, in Chester sind die Stier, Loth gönnt, mit Gott verzeihend. Nicht, 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 verzeihendung zu sein. Vers 21, Gott merkt dich, dem, der für keine Sinn wiss, in andersstehter Sinn, doch wie durch Arm, Arm für Gott, geracht worden, so aus, dort per Arm gelden wird. So, hier, wenn wir Gottes Christus in andersstehter Sinn, in Gottes Geisest, eben, die ganze Menschheit sind, eben, ab Arm, so nicht, habe ich verzeihend worden, dass Gottes Christus, in Heilfe, Jepang zu sein. Nicht, viel mehr Menschen, haben sie vergeben, aber auf einmal, wo wir Ende, haben sie doch nicht vergeben. Wenn Gottes Geisest vergeben hat, wie man läuft, soll die zweite Hand kommen, I have anzfeiert, so dass es deutlich mehr, ich bin, I have anzfeiert, I have anzfeiert, und ich habe sehr dankbar, Gott, dass einer, in wir haben, ich habe anzfeiert, unvertret, Gott, die Menschen, die Menschen das Wort bringen, ich denke, mal ein Mensch, haben wir gesagt, wenn Jesus Christus wirklich glauben, dass ein Heil geist, woran geht, wenn ich das Wort verkündet, und dort bewegt mich, dass die Glaubenden nicht sein, und so will ich das, dass die Menschen von der Heil rücken können, weil ich denke, auf jeden Fall, das Wort verkündet, wenn ich fertig bin, wenn wir zu einem Leuten da, wo der Heil wird sein, bis ich streng mich an, wenn ich nicht für mich selbst leben kann, die Menschen das Wort bringen, du bist in der Rara gekommen, durch den Rara, der wir vergeben wurden, die können auch wir leben haben, und der Rara, der wird hier mit dem Leben, die durch uns durchgehauen, die mit uns durchgehauen können, die mit uns durchgehauen können, und jetzt verab, wer ist in uns, die können die Glauben haben. Hier haben wir ein kleines in Matthäus' Nahrung und ein Gebet, weil wir waren anbeten da, und ich, weil wir haben, wo wir euch waren an. Jesus ließ seine Jünger dann beten, er sagt, er steht, aber er sagt, er will die Jünger führen, einmal wo soll ich beten. Matthäus' Kapitel saß, weil wir uns Jesus Christus haben, verträgt ihn an anbeten, und wann ich am anbeten, das geht doch bloß an mich, oder geht doch an andere, oder wann ich am anbeten, da, wenn Gott weit treibt uns an. Matthäus' Kapitel saß, und wann ich beten soll, die nicht so tun, als der Heidler, die hier in der Schule, und auf der Großartig stünden, und beten, dass die Menschen am Seinen sollen, er sage ihnen, die Wahrheit, der Herrn erlaubt war. Hier, hier wird dann die Pharisäer, die auch, die stünden hier in der Großartig, an der großen Wandelmenschtheit, dann beten sie, wenn wir bloß für uns sein, sie wollen für eine Frage sein, wo die Menschen sind, und er sagt, der Herrn erlaubt war, der der Wahrheit, die beten sich bitte für ihr selbst, nicht, die wollen euch sein sein, bloß für Menschen, und das ist mein Leben, da war ich bloß für euch sein sein, aber da habe ich wirklich das Leib von Gott, was ich wirklich will für ihn gehen, und wann ich ihm anbeten will, 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 und hier geht es auf mich, und wenn ihr bloßt, dann ist es ein halbes Jahr, und weil er bloß für uns sein sein, wenn ihr euch kommt, dann will er sein, und sagt, dass er sein wird, dass er sein wird, dass er in ihr leben, aber danach, ähnterlich, haben sie Gott nicht in Ehren, wenn er von uns selbst, die ihr haben, und euch sein sein, und das ist so leicht, wenn ihr da, ob sie übersehen können, bei der Staffel, die in Paraseia, und Luther, für Menschen, weil die ihr sich zufangen, töten zu treten, weil wir schon einmal die ihr fangen, ans selbst töten zu treten, und dann kommen wir nicht so wieder, und fangen wir einmal anabreicht, anabreichtig zu beurte, und dann fangen wir Menschen, um ihren Gesatz zu beigen, fragt es sich, Luther, die Güden, dann haben immer gesagt, dann ist Gesatz der Menschen abgeleucht, er hat, ihr schwült, die selbst, kommen sie auch von Gott, nachkommen sie den Menschen, unterbinden, wie Jesus sei, nach der Erden sein, wie Jesus, und nicht ein Finger online, dann leihen die Menschen ab, und das, was wir dann, weil wir nicht ans Luther, von Jesus Christus leben, und praktisch ist die Welt widerschaft, die Welt, die merkt immer mehr Gesatz, die merkt immer strenger, den Punkt von Gott, das luten sie immer wieder, von Gott schieben sie immer wieder, das schieben sie zu ziehen, und bei Gesatz, wir hatten die Störche, und das war das erst, weil wir uns nicht Luther, von Jesus Christus leben, zu Brücken Gesatz, zu Brücken Gesatz, wir wollten das, weil wir wobert Gesatz lernen, und bei Gesatz, und das war das, wo wir uns nicht sagen, wo wir uns nicht eher in der Wasser betreffen, einen Menschen sind, sie sagen, was wir uns nicht sagen, wie wir uns nicht nachdenken, oder haben sie nicht überbekommen, nicht sagen, das wird uns nicht verstanden, sondern wir haben uns einen, wir haben uns einen, nicht im Dank vom Gerät eingehen, also gibt es die ganze Zeit, und wenn ich mit Gesatz lernen, dann kann ich selbst nur ein Ding sein, was wir, zu mir vertreten können, und das war es nicht weitergegangen, und dann immer noch ein Gerät, mit dem Gerät, wir haben die ganze Zeit, und ein Gerät, Aber wenn wir alle von Gott lernen, dann würden wir von dir die Sätze nicht berufen sein. Wir würden alle sagen. Wir wollten selbst die Gehenslager zu bewegen. Aber wenn wir alle von Gott lernen, dann würden die Sätze nicht sagen. Das ist keine Gemeinde. Wir machen die Gemeinde viel mehr. Viel der eigenen Hand, den Hand. Wenn es immer so ist, dass Gott nicht trüßt, dann würden die Sätze nicht sagen. Das würde die Welt wieder lernen. Aber wenn wir uns von Jesus lernen, dann würde das nicht sagen. Jesus wird uns gerade nicht. Versace, ob er wenn du betest, dann gehst du in deinem Stuhl und betest dich in deinem Geheimnis. Und deinem Geheimnis, der du bist, wird in deinem Geheimnis vergeben. Und hier sagt er, wenn du erst in deinem Geheimnis gehst, dann gehst du in deinem Geheimnis. Und dann hängt er dir in deinem Geheimnis an. Und er sagt, dass er nicht in deinem Geheimnis vergeben wird. Und wenn du betest, dann reden wir nicht so viel, dann werden wir aus den Geheimnis vergeben. Das bedest du in deinem Geheimnis vergeben. Oh, das heißt, er ist vielleicht in dein Geheimnis vergeben. Gott ist ein Eier, wenn wir armeln, was freundet. Aber Gott weiß, dass wir den Krieg haben. Wenn wir da sind, gehen wir da, haben wir den Krieg an. Aber einmal standen wir, wenn wir die Frau, und nun können wir uns auf die Freude. Also nicht nur, wenn wir in der Taub ist, wo wir hier sind, wenn wir die Gemeinschaft haben, wenn wir die Gemeinschaft haben, wenn wir die Gemeinschaft haben, wenn wir Jesus sagen, wenn die 2 oder 3 waren, wenn wir die Taubstunde gehen, wenn wir die Taubstunde gehen, die haben die Leifen und die Routen, wenn wir die Menschen sagen, wenn das die Menschen helfen wollen, wenn wir die Einzelne sagen, was wir da sind, was wir haben. So wollen wir sagen, was wir das an der Paubstunde gehen. Aber danach kann es nicht nur sein, wo wir sind, wo wir sind, wo wir sind, wenn wir nicht so sind, dass wir uns an der Paubstunde gehen. Jetzt sagen wir die Menschen immer in den Tempel, wo wir da sind, dass wir das an der Paubstunde gehen, Verschnein sagt, du weinselst, die so beten, ans Fuhrer in den Himmel. Die Nomen soll die Herrlichkeit geholfen worden. Er sagt, du weinselst, die so beten, ans Fuhrer in den Himmel. Wir wollen gleich dich selber nicht. Den allmachigen Gott, von all den Traumhafen, die den einen anbieten. Einer fährt einen Mensch anzuecken, wenn man den anzuecken, wenn man den anzuecken würde, dann wird von dir in der Gerd. Einer fährt sich anzuehen, weil Gott weit in jeder Mensch, in jeder Mensch, in jeder Mensch, in der Welt sind, hei bei Freiklandset alle geht. Und den schreibt, wie ans Fuhrer nahe. Denken wir an. Denken wir an, wie ans Fuhrer nahe. Denen Fuhrer, was wir können haben, das sind allmachige Fuhrer. Den Fuhrer, was ich frage, wie wir das geteet, wie wir das geteet, Jan und die geteet, und alle Menschen, die weiten allmachigen, den kennen wir an. Den können wir an, zum Fuhrer nahe, und das sind Fuhrer, was an sie da gehafen, der da gebreitet. Du können uns immer zufrieden, was wir können, den ist ein Fuhrer hauen. Das ist wirklich, was Grotes wir können haben. Und die Fuhrer, der haftet sich mehr fürbrücken, kann ich immer sein. Ein Tag, kann ich bei dem Fuhrer sein. in den Tät, was wir hier sehen wollen, dann sage ich mir, ein Mensch, wenn ihr das an der Haube auf den Haube kommt, dann sage ich, Lass dich in den Reich kommen, und du bist auf den Krags gedonen, und du bist auf den Himmel gekommen, und du bist auf den Krags des Himmels, und du bist auf den Himmel gekommen, und auf den Himmel, du bist auf den Himmel gekommen, Wenn wir uns schon sagen, dass wir die Dinge in der Kraft haben, dass wir in der Rekse sind, wo das was gut ist, dann können wir uns zufrieden. Wir wollen uns das Brot, dass wir von der Brot brauchen. Wir sind immer frisch, was Matthias Kapiel 7 sagte, er sagt, dass wir nur für den Tag arbeiten, wenn wir uns nicht mehr arbeiten, wir werden nicht mehr so gut sein, sondern wir müssen nur für den Tag, wenn wir uns nicht mehr arbeiten, wenn wir uns nicht mehr arbeiten, sondern wir müssen nicht mehr arbeiten. Und dann sagen wir uns, dass wir uns nicht alles tun, dass wir nicht mehr arbeiten, wir müssen nur an der poi Gintei, dass der genommen darf, denn dann müssen uns schon sehr viel brauchen. Aber wir wollen ja nicht mehr nutzen. Aber weil wir nicht mehr lernen, denn sie können uns aus Moreno zu kaufen, die uns nicht entsprechen, weil wir nicht mehr lernen. Dass wir uns eins tun, Da dachte ich, Gott hat das Seiergott mit uns. Wir brauchen nicht verlangen, wir brauchen nicht immer sein. Er sagte, die werden alle gestorben, wir brauchen nicht immer sein, bis verbittert zu kommen. Und er sagte, er wird uns nicht nur entspannt, das ist allein, das ist wieder am Kern, das ist Seiergott. Und er sagte, jetzt nicht, ob ihr in den Himmel ist, ob ihr in den Himmel ist, nichts von uns, was an seine Leib trauen. Wenn wir uns nicht von einem reden reden, hier ist nichts, wenn wir in schwere Tiden ankommen, dann wird was passieren, was in der Welt an, wort wird, wort wird, wort wird, wort wird, wort wird, wort wird, wort wird er gesagt, sonst wird uns nicht von seiner Leib trauen. Wir können uns Gott anvertrauen, wenn wir uns nicht sagen, was wird kommen, dann braucht es einmal die Gemeinschaft, und Gott anvertrauen. Vergebe uns an die Schuld, so wie die Vergeben, die sich an uns verschuldet haben. Wenn ich nicht vergeben habe, dann sage ich, Christi Gott, dass ich nicht vergeben habe, Christi Gott, mir vergeben, dann wird kein Geheimnis vergeben. Wenn ich nicht vergeben habe, wird mir nicht vergeben. Ich halte ein Geheimnis, das war nicht so, dass ich nicht vergeben habe. Ich habe nicht von dem Geheimnis vergeben, doch ich habe die Böse aufgetragen, dass ich technologiesisch gerät haben kann, dass ich einfach nicht vergeben habe. Ich hatte aucune Geheimnis der Beard, Es kann sein, dass es wirklich was es ist. Und Gott will hören, er sagt, so geht es uns hier an, er verjährt uns alles. Er sagt, so geht es uns hier an, wie es an Menschen gibt, wie es an uns verjährt. Und Gott sagt, Kapitel 7, Vers 7 sagt, Freib und jund, was die Gehef waren, sieg und die waren fein, klap an, und die waren auch die mehr geworden. Und ich sage, Freib, jund, was die Gehef waren, sieg, die waren fein, klap an, das war die Gehef waren. Uns vorher, da hielt uns, und das war die Gehef waren. Also, ich will, ich will, du fragst, krieg, und du sieg, fink, und du wirst, umklapp, für den, wort es optimiert worden. Und wenn wir mit dem Rathen, hat Gott Freib und jund, hat uns gebet. Ich denke, wir jundet, und alles, was die Fertin denken, was Gott ihnen soll geben, wort er auf einen, sein Gott üttekommen, wenn es immer, wenn er, was die Gehef waren. wort er sein Gott auf einen üttekommen, und du, ich sage, wir sind so dankbar, wegen Gott, der an sich, das alle Gehef waren, und erfreut, der, wegen eigentlich, wenn er, wurde er auf einen, und er ist ein ganzes Engel gekommen. Gott weiß, und er fragt, und er auch immer fragt, wann, wenn wir den Gott beden, wenn er nicht haben, das hat er ein Riesen, das wird gut. Und dann, für den Minut, wo wir beden, sind nicht zu Gott, aber das, was er zu kommen, ist wieder, der, das wird gut. Und wegen Amt, haben wir immer Anverträgen, aber auf dem Minut, hat er nicht Anverträgen, wo er es hat so. Und deswegen, ja, wir sind Anverträgen, und er war in der Fels. Und wenn wir gehen, wer, wenn wir gehen, wir sagen, wir sagen, dass sie sehen, wo ein Stein geben, wenn die einem eine Braut frei haben wird, oder wo die, und nur ein Fisch für die, die einem dann einen Schlang geben, also, es wird beginnen, wer ein, wenn sie sehen, die eine Braut frei haben, einen Stein geben, oder wo die, wenn sie, wenn sie, die Kindheit, um ein Fisch für die, und dann einen Schlang geben, war, allerdings, hier, wo ich einer, was das Band, war da, und, nicht. Wo viel mehr, wird warten, nicht, Herr Ferser, dass, also, wenn die, dann, so schlecht, was sie auch sehen, dann, weit die, Kinger, dann, weit die, die, Gäure, Gäure, zu geben, wo viel mehr, was, Jungsfuhrer, in Himmel, die, den Himmel, der, Er sagt auch, wenn wir so schlecht sind, dass wir da nicht an die Kinder in so einem Thema geben, was wir nicht wollen. Und wenn man immer fragt, wie finden die Bibel so viel Geld von Gott nicht? Weil er von uns ernst ist, und wir haben von uns an die Kinder in so einem Verglücknis, dass wir von den Kindern nicht wollen, was wir nicht wollen. Er sagt, weil wir uns nicht an die Themen haben. Nun geht das mal vormals. Aber ich sage, dass man viel mehr Menschen im Grunde auf seinen Sinn und den anderen Menschen leben. Wenn man auch viel mehr Menschen im Grunde auf seinen Sinn leben, dann können wir nicht mehr in ihnen machen. Viele Menschen haben man als sie leben, wenn ein Mensch im Grunde auf seinen Sinn leben wird. Ein Sinnmenschen weiß ich nicht aus. Wenn ich sage, dass die Menschen im Grunde auf seinen Sinn leben, damit die Menschen immer mehr in ihnen gewinnen, weil ich nicht weiß, dass das immer wieder. und immer wieder ein Eng, weiß ich nicht. Wenn ihr das angeht, wenn wir noch ein Klingbeastchen einigen, ich schenke mich an, von einem Mond, was sie in Vertriebe hat auf Gott gesagt. Logoskopie 7. Die in Vertriebe hat auf Gott gesagt. 7 Vers 1, da sage ich, aus Geistes den Menschen, alle gesagt haben, was ich wohl ging, kein nur Karmamon. Ein und eine aber siehe, 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 knach, die im Heufehlregen lag, daud ist krank. Wie wir euch sagen, das ist Heufehl für die Menschen, die reht heute, die in der Karmamon in der Einmohn, in der Karmamon, die in der Heuweinwand, wir nassier, das wir in den Räumerschösser dort. Heu hat, das sage ich, heu hat ein Knach, daud ist kranklich, und in der Räumachon, der geht, dort wird übernommen in Jerusalem. Die Jüden, die wurden legt auch der Räumachhausen, die wurden in die gleiche, die in der Räumachung, die wurden genommen, und die wurden in der Karmamon geholfen, aber hier wie ein Räumer, ein Räumer, dort wie ein Soldat, der hat ein Sehen, wo das sei, geholfen, da haben wir ein Sehen, der hat ein Arbeiter, da hat die die Mischte Arbeiter, was die dann haben, wie im des Klux, über die Hand, aber hier ein, und Gott sagt, das am sei, geholfen, und daud ist, wenn die Sonne hier in der Haare ist, das ist so laut, dass wir in Räumer, das schägt die jüdische Ältestein, die schägt in die Jezus, sei an, weil Jesus wieder nicht geht, das schägt die in die Jesus Hand zu kommen, das gibt immer was Besonderes, nicht immer in Räumer wo, den Herr, nicht immer wo, die jüdische Ältestein, wo in die Jesus schägt in die Hand zu kommen, dann verspricht er sich, als du noch Jesus kämen, trafen sie an, 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 irrenslich und Säden, da ist, das wird, dass du da verhandelst, willst, hoi, reken, ans, fe, hoi, willst, hoi, reken, ans, fe, wird, und, haf, ans, eine jüdische gebiet, das wird uns so laut, wenn der Räumer, haf, ein hart, verander, die käme, hirren, haf, ein hart, verander, ihr hart, wenn die sagen, haf, reken, ans, fe, die, prach, an, Jesus, komm, hene, diese, nicht, reken, ganz viel, haf, hene, jüdische, schau, gebiet, nicht, das, reimer, soldat, da hat die jüden, in ihr stadt, hat, sein, haf, reinen, schau, gebiet, haf, reinen, schau, gebet, haf, in ihr stadt, die jüden, doa, in der jüden, der reken, diesen, ein reimer, schau, dood, den, ach, ne, wat, hab, hier, und, he, prach, und, jes, die jüdische ältesten, doa, an, die prachen, jes, du, kum, percisa, wils, reing, ans, wils, hei, reing, ans, feel, wird, und, haf, ans, einen jüdenschau, gebiet, und, und, jes, ging, met, und, aus, jes, met, und, jes, ging, met, am, und, aus, jes, dich, dich, wie, auf, am, süß, wird, aus, jes, dich, teubie, und, von, ne, füß, werden, schenkt, die, affeziere, für den, am, zu sein, her, bei, meh, die, nicht, wieder, will, ex, sie, dort, nicht, wird, dass, du, unge, min, da, kemst. So, hier, auch, der, affeziere, hier, ist, steh, nur, den, am, cheim, dann, schenkt, den, heimelmaner, da, sagt er, ex, nicht, wird, was, die, unge, min, da, kemst. Die, koste, bestimmen, ex, nicht, wird, was, unge, min, da, kemst. Heimelmaner, seien, hier, wie, ein, soldat, der, ach, sie, nicht, wird, wo, des, jesus, wo, bin, da, kommen, da, seien, 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 bis, ich, sie, selbst, in, man, noch, versehen, eck, ha, wie, nicht, wird, ja, auch, selbst, nur, die, de, ober, sei, du, bloß, dort, wo, dann, wort, min, knach, gesund, wort, hier, wie, wo, einer, der, vertritt, gott, ganz, an, seien, 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 bruchst, mich, komm, und, jetzt, sag, ich, feil, mir, da, ich, wird, die, unge, mi, versprungen, hei, unge, stau, die, gong, ing, gezei, eck, feil, mir, nicht, wird, wenn, die, unge, dach, versprungen, seien, da, bloß, seien, da, bloß, und, seien, seien, dort, eck, feil, mich, nicht, wenn, die, seien, seien, da, bloß, hei, vertritt, den, gong, so, und, versprungen, seien, 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 mond, de, regierung, unge, dun, un, ha, soldoten, un, mi, wan, eck, en, sei, gu, dan, und, te, und, andre, kam, dan, camp, w, wan, eck, te, min, ih, den, weάλ, un, er, at, ne, it, 하나�, oct, d, the, drede, d, 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 Einmal in Israel geschehen. Hier sind die Juden, die sagen, das hier in der Welt ist, das wird los sein. Und da sagt man, man sieht die Menschen, man sieht, was ihnen feiert wird. Und da sagt man, man sagt, das geht nicht. Das sind glauben, die sind nicht. Aber ich kann sein. Hier sagt man, in glauben, was es selbst, man sieht, in der Welt, die sein wird. So sagt man, das kann ich nicht, man geht, man nicht sein. Aber ich kann nicht sein, was ein Mensch, muss ein glauben haben. Er hat über andere gesagt, in der Name, und er hat es, vertröten, um ganz und hervrückte Besideen, und ich weiß, das muss nicht wie es. Ich habe es selbst gesagt, er ist an ihr arm. Er weiß, wenn man nicht wie es kommt, das ist, was ein gezicht, was es wird los, ich weiß, dass es wird passiert. Und da sagt man, wie viel vertröte ich wird an, wenn ich noch etwas verrehen. Ich vertröte ich an, denn das tut mir auch etwas, was passiert, aber was, was wird mit tun. Und da sagt man, wir haben anvertröten, denn ans Kessler, wir vertröten am an, wenn wir haben noch etwas verrehen, und wir haben noch etwas verrehen. dann soll er zuerst alles in Gott weiterkriegen, wenn ich das hier bedannte, da war es manchmal vielleicht noch ein, da war es vielleicht auch ein, da war es vielleicht hoch mit, da war es nicht gut, aber ich war ütlich, Gott weiterkriegen. Und wenn ich alles, alles Geld in diese Welt war, alles Führung zu haben, ich meinte, was ich nicht mehr schaffe, ich habe es nicht mehr schaffe, ich habe auch immer nur, ich war es selbstverständlich, aber ich dachte, ich habe mir Gott, wenn ich da und sein wohnt von Gott, in Gott weiterkriegen, in Gott weiterkriegen, in Gott weiterkriegen würde man ansteun das. Und wenn es wichtig ist, wenn ihr euch anvertrieben habt, dann versichert, dann kämen die Männer, die geschickt werden in den Häusern, und sagen, dass die kranker Knarche sind würden. Und dann ging die Knarche in den Häusern und sagen, dass die Stimmel ist. Jesus, die vertrieben, dieses Mord, die vertrieben haben, und es ist wichtig, wenn ihr euch anvertrieben habt. Und wenn wir uns dienen, die ihnen die Klänge benötigen, zum Reden uns bereit bondete, dann wissen wir, ob sie wieder die kitschwerden. Wir hören sehr vieler Mensch, sage ich, um wem wir haulen. Und auf einmal wird er erinnern, die erste Dichmeier für mich wird das Ding erinnern, das Dichsding. Und dann sagt er, ob Menschigkeit nicht verloten, und dort ist es jetzt die Trübe. Gott, das ist, ob wir verloten können. Nicht ob Menschen. Wir hören vierten Menschen, das sagen, ob wir nicht erinnern, ob wir uns hören, ob wir uns hören. Das ist sehr wichtig, wir haulen uns an Gott. Wir haben hier eine Gemeinschaft, eine Exzene, die verordnet, wo wir gehen, wo Gott aus wirn hau war. Weil die Verträglich an, da wollen wir uns nicht anschweren. Und Menschen schweren wir uns an, wir haben es verordnet. Wir haben hier in Holland an Sprechst & Karpa waren. Wir haben viele Menschen oft an den Menschen, die wir haben nicht mehr. Aber wenn wir uns vertrehen werden, dann haben wir das Ding er gefragt. Es gibt es über den du hast du ihn signal gelegt, wenn wir uns vertrehen haben. Wir haben uns vertrehen und du haben einen anderen Weg direkt nicht. Und wenn wir uns vertrehen werden, dann an die Musik verbrechen. Und wir haben uns vertrehen. Und wir haben uns vertrehen und da etwas, das Gedeutung. Man Auyr ist nicht um die Hose von den Auflaufen zu erkennen. Es zog den Kontakt an, was er auf dem Abend ist, oder was wir in der Arbeit anzulegen, wenn sie mithilfe, dass sie sich um die Hand anzulegen, was wir in der Arbeit anzulegen und dann sei es. Ich fahre daran, und ich weiß was in der Nähe. So habe ich lacht, was er hier passiert. Es tut mir immer gesagt, was wir anzulegen haben, weil es aller跟你 anzulegen, dass erissen, dass er довart. Wenigstens die Verdrehen haben und sich anzulegen, weil wir uns anzulegen können, denn wir kommen mittlerweile anzulegen, so dass nicht so, Aber wir haben gesagt, dass es das Beste zu kommen ist. Es ist das Einblick. Wenn wir uns beantragt haben, dann können wir den Trüben sein, dass wir eine neue SVP-Türkunft in dieser Welt wissen. Und das Fint einmal hat, dass die Taube kommt, denn diese Welt hat eine Maske krein, wenn die Arme in die Sendung leidt. Wir wissen, dass viele Schwierigkeiten und Schwierigkeiten in der Welt haben. Viele Menschen trüben und viele Schwierigkeiten dort. Und das Fint war alles verdorben. Und wir haben gesagt, dass es wichtig ist, wenn wir eine andere Bedeutung. Und ich sage, Emma, wenn wir die Bedeutung haben, dass wir einen Bedeutung haben, dass wir ein Bedeutung haben, und wie deiner voldren sind, dass wir die Bedeutung nicht bewusst satisfied sind. Ich bete den Menschen, die die Hause anstehen, und wenn ich dabei estava an đi takiego Vikings breit, wer so developed ist, dass wir mit der Bedeutung, der wirkommen hier geworden sind. wo wir aber diese Bedeutung haben, wo wir an der Welt sind. Die Menschen haben so내 indexiert werden. Und viele Menschen supply müssenet wer wird gehen. Wenn wir noch beten, dann braucht es ein Hammer, der wird noch besser sein. Wenn wir sagen, wie Menschen in seinem Sinn leben, wenn wir auch für den Beten, dann braucht es noch einmal, wie wir beten wollen, Gott wird ein Handschicken, den er gut bringt. Wenn ein Mensch für selbst, wenn er nachdem, wenn er sich hierhert hat, dann wird er nicht für selbst gut zu finden, wenn er es in der ersten Jungs wieder sagt, die Bibel. In den Testimonien von der Früh, der hat einmal, ich weiß nicht, wo das ist, auf einmal hat er eine Bibelparsche, was er lässt, aber auch, wenn er es war, dann ist es schon, ein Kisch immer mehr, wo er es ist, und er hat einen Dach, und er hat einen Begriff, wenn er das wird. Wenn ich sage, dass er das wird, fangen wir dort, weil er es gestorben ist. Wenn wir das wird nicht haben, wenn wir nicht beim Widerstand bereit sind, wenn wir nicht, was wir in den Raum geschehen, die Menschen werden nicht durch den Raum geschehen, die kommen für uns, nicht? Und wenn es das wichtig wird, wie ihn anzuleben, dann haben wir das wird, wir kennenlernen, wir reißen, für was wir gehen, nicht? Ja, die Bibel, so viel werden zu fangen, wer wird Gott erst, er ist, bis allmachtig, in den Amtschicken und betrieben, und das ist unsere itu, und dann haben wir andere öppen, und die übt, haben wir uns noch einmal an, das ist unsere, unsere Zarei, die haben unser Køben, die hat us ge載t, das ist unsere, es war��라uer, und wir waren ein Dre aesthetic bedanbug, also dove es uns Можно und wir schauen, wir werden uns zusammen patrol, und wir unknownen Töpathan Beden, Gott, ich danke dir zum Vater, für den schöne Tag, ich danke dir für den Gut achei, und ich danke dir für sie, wir sind, Gott, du kann wir gar nicht gerne, du kann wir auf wieder �aney ваш трن, und du sagst, du andra slog gitu, du Ladies haben nicht seine kos fifteen meisten dabei, und du democratsst, und du Fearst, du kannst du auch nicht vergessen, Und wir sagen uns so viele Dinge, die uns auf den Dach drehen, und so viele Graute Wunder, was hier passiert sind. Und das ist durch Jesus Christus, durch die, was passiert ist. Gott, wir wissen, dass die Feind für alle Menschen feiern, wo wir anbieten, weil sie alle verdorben sind, aber Gott, wer sich auf die verlassen hat. Du hast gewarnt durch Jesus Christus. Gott, ich weiß, wie sein Schwach ist der Feind ohne Jesus. Wenn man Jesus sei, wie stark ist der Feind. Wir haben gewarnt durch Jesus Christus. Wir haben durch den, haben wir die Kraft gekriegt, wie können wir ihnen so tun stehen. Aber Gott, ich werde für alle sagen, ob wir das nicht an euch nehmen müssen, ob wir an die Kraft wollen gehen. Wir müssen die Wurden, die alle verspreiten, ob wir Menschen dort hören, ob wir Menschen kommen, ob sie dort können, ob sie nicht annehmen, ob sie nicht in die Liste haben lernen. Wir haben alle in der Lebende Säule, die uns hier fassen, in der Säule, was die Tränen im Himmel haben. Wir müssen für die gehen, dass wir nicht mehr als wir hier sehen. Ich möchte uns alle von der Gäude nachgeben. Ich werde für jeden ein, wer hier ist, wenn hier wieder schwere Tiden dort geht, dann werde ich krank. Gott, wir wollen dort ans Fleisch, der Körper. Gott, wir leben dort. Wenn du krank ist, musst du jeden ein sehen, wer einmal in den Körper leben. Wenn du krank bist, musst du den Sehnen in den Körper mitgeben, eine Heilung geben. Gott, für die ist rein und schmierlich. Ich möchte es dir sehen, dass ein Salute für den Haufen, wir sehen und heilen, Gott, die heilt sind. Wir sehen jetzt sehr viele in der Bibel, die Menschen heilt haben. Wir sehen von deren Dach, für die ist alles schmierlich. Aber Gott, wir wollen ans Tietrand hier auf. Wenn die uns bis einmal heilen, Leute, dann weiß ich bis wieder, wie bleiben wir immer. Und wir sagen, wir bedanken, dass ihr ans Tietrand hier aufgerandet, was wieder zu kommen ist. Möchtest du uns alle von der Sehnen in den Körper mitgeben. Ich werde dich durch Geist genommen. Amen.